Und zu dem heutigen Anlass möchten die zwei Söhne vom Bratpaar, der Marvin und der Fabio, am Anfang gleich kurz etwas vortragen. Liebe Mama, lieber Papa, liebe Freunde, genauso wie ihr zwei, liebe Mama und lieber Papa, haben wir uns auf diesen Tag riesig gefreut. Wir mussten wirklich sehr lange warten. Vorher möchte ich aber noch kurz was erzählen. Verliebt haben sie sich vor genau 17 Jahren, am 29. Juni 2002, dass der Papa sich von der Marihandelpaar haben begleitet hat und ihr gleich einen ersten Kuss anbettelt hat. Einen recht turbulenten Start haben sie aber gehabt die zwei. Die Sonne hat leider an der Anfangszeit nicht alles geschehen wie es war. Endlich hat es dann gepasst für sie, dann kann ich auch Familienglück nichts mehr im Wege stehen. Bei Reichheit haben wir zwei Buben 2005 und 2009 erlebt. Mit der Alice in seinem Hund ist seit 2017 in seinem Leben komplett. Jetzt fehlt nur einmal das Jahr und dann ist es perfekt. Ola, Luca. Auf gehts mal, guten Tag, ueim,rika, hermann. Du gehst in deinem Wochenstern. Ich habe den ersten Kumpel nicht so ein bisschen in der Welt, ich bin im Verwösch. Aaaaaahhh! Aaaaaah! Ihr hordet auch doch doch! Du war doch doch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020